Hi! In dieser Session beschäftigen wir uns weiter mit Akkorden. Jedoch diesmal nicht nur mit Dreiklängen, sondern auch mit Vierklängen. Wie werden Vierklänge aufgebaut? Bisher sind wir bei Akkorden von übereinander geschichteten Terzen ausgegangen. So haben wir Dur, Moll, verminderte und übermäßige Dreiklänge kennengelernt. Diese Basis der Akkorde können wir erweitern, indem wir einen weiteren Ton hinzufügen. Auf diese Weise verändern wir die Dreiklänge hin zu Vierklängen. Gehen wir vom C-Dur-Akkord aus und fügen wir eine weitere Terzen zu. Dann erhalten wir C, E, G und H. Das H hat zum C den Abstand einer großen Sept. Darum spricht man auch von einem Sept-Akkord oder genauer genommen von einem großen Sept-Akkord. Auf Englisch heißt das Major 7 Chord. Es gibt aber nicht nur Vierklänge mit einer großen Sept, auch welche mit einer kleinen. Außerdem gibt es Vierklänge, die auf einem Moll- oder Dur-Dreiklang aufbauen. Genau wie bei den Dreiklängen können wir auf einer beliebigen Tonleiter auf jeder Stufe einen Vierklang aufbauen. So sieht man, auf welcher Stufe nach der klassischen Harmonielehre üblicherweise welcher Akkord steht. Wir machen das hier einmal anhand der C-Dur-Tonleiter. Der große Sept-Akkord ergibt sich, wenn man einen Vierklang auf der ersten oder der vierten Stufe einer Dur-Tonart aufbaut. Wir bilden ihn, indem wir einem Dur-Dreiklang vom Grundton aus gesehen eine große Septime hinzufügen. Sein Symbol besteht aus dem Grundton, einem hochgestellten M-A-J für Major und einer 7. Um Zeichen zu sparen, kann man aber auch nur ein hochgestelltes Dreieck oder eine 7 mit einem Pluszeichen hinschreiben. Auch auf Moll lässt sich ein Sept-Akkord aufbauen. In der Dur-Tonleiter findet sich der Moll-Sept-Akkord auf der zweiten, dritten und sechsten Stufe. Er ist also keineswegs selten. Er besteht aus einem Moll-Dreiklang mit hinzugefügter kleiner Septime. Das Symbol für einen Moll-Sept-Akkord sieht so aus. Auf der fünften Stufe der Dur-Tonleiter entsteht ein sogenannter Dominant-Sept-Akkord. Der Name kommt daher, dass die fünfte Stufe auch als Dominante bezeichnet wird. Der Dominant-Sept-Akkord ist ein Dur-Dreiklang mit einer kleinen Septime. Als Akkord-Symbol hängt man einfach eine hochgestellte 7 an. Der Dominant-Sept-Akkord hat eine ganz wichtige harmonische Funktion, wie wir später noch sehen werden. Auf der siebten Stufe steht ein halbverminderter Sept-Akkord. Über verminderte und übermäßige Vierklänge wollen wir uns nicht weiter unterhalten. Es sei nur erwähnt, dass auch diese Dreiklänge um eine Sept erweitert werden können, um einen Vierklang zu bekommen. Bleiben wir bei Dur und Moll. Wir haben also Dur plus große Sept, das ergibt einen großen Sept-Akkord. Dur und die kleine Sept ergibt den Dominant-Sept-Akkord. Moll und die kleine Sept ergibt den Moll-Sept-Akkord. Da fehlt noch eine Kombination, nämlich der Moll-Akkord mit der großen Sept. Der Moll-Sept-Akkord mit großer Septime ist weniger verbreitet als der bloße Moll-Sept-Akkord. Das merkt man schon am sperrigen Namen. Das hat damit zu tun, dass er weder in Dur noch in Moll als tonart eigener Vierklang vorkommt. Auf C aufgebaut lautet er C-S-G-H. Und da sehen wir schon die Problematik. Sowohl das S, die Moll-Terz, als auch das H, der Dur-Leitton. Diese Vermischung von Moll und Dur finden wir nur in den Abwandlungen der Moll-Tonleiter, nämlich sowohl bei melodisch als auch bei harmonisch Moll. Dort findet sich der Moll-Sept-Akkord mit großer Septim jeweils auf der ersten Stufe. In der Symbolik lehnt man sich an den großen Sept-Akkord an. Nur fügt man ein kleines M ein, um den Moll-Dreiklang anzuzeigen. Gibt es auch Vierklang-Umkehrungen? Ja, gibt es. Auch Sept-Akkorde treffen wir nicht immer in ihrer Grundstellung an. Wie bei den Dreiklängen sind Umkehrungen möglich, in denen die verschiedenen Noten ihre Plätze innerhalb des Vierklangs tauschen. Der Sept-Akkord bleibt gleich, nur seine Erscheinungsform ändert sich. Und weil Vierklänge aus vier Tönen bestehen, gibt es auch vier Möglichkeiten, wie man sie schreiben kann. Einmal die Grundstellung, dann die erste Umkehrung, die zweite Umkehrung und auch noch eine dritte Umkehrung. Darauf werden wir aber jetzt nicht im Detail eingehen. Das Prinzip ist aber das gleiche wie bei der Umkehrung von Dreiklängen. Welche weiteren Vierklänge gibt es? Es gibt auch Vierklänge, die nicht auf Terzschichtungen basieren. Im Jazz ist es zum Beispiel auch beliebt, Quarten zu schichten. Dadurch entstehen andere klangliche Verhältnisse. Jedoch bleibt Terzschichtung die Basis für das Verstehen von Akkorden. Das geht sogar so weit, dass man andere Akkorde als Terzschichtungen interpretiert. Selbst dann, wenn dazu der ein oder andere Ton im Akkord fehlt. Ein einfaches Beispiel, wo dies auch bei einem Dreiklang passiert, ist der in der Rockmusik weit verbreitete Powerchord. Dabei besteht der Powerchord eigentlich nur aus zwei Tönen, der Grundton und die darüber liegende Quinte. Und obwohl der Powerchord nur aus zwei Tönen besteht, ist er kein Intervall, sondern ein Akkord. Denn man interpretiert den Powerchord als Dreiklang, dem die Terz fehlt. So erklingt zwar nur ein Intervall, aber man hört gewissermaßen einen Dreiklang. Und es kommt allein auf den harmonischen Kontext an, ob man sich eine Dur-Terz oder eine Moll-Terz hinzufantasiert. Rockgitarristen müssen sich oft anhören, sie seien nur zu faul, richtige Dur- oder Mollakkorde zu greifen. Dabei hat der Powerchord gerade durch das Fehlen der Terz, die den Akkord tongeschlechtlich festlegen würde, einen besonders geisterhaft energetischen Klang. Okay, das war's doch schon wieder. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Erweitert man einen Dreiklang um eine Septime zu einem Vierklang, dann erhalten wir Sept-Akkorde. Es ist möglich, eine kleine oder eine große Septime einem beliebigen Dreiklang hinzuzufügen. Moll, Dur, übermäßig oder vermindert kommen als Ausgangs-Dreiklang in Frage. Nimmt man eine Tonleiter, zum Beispiel eine Dur-Tonleiter oder auch eine Moll-Tonleiter und malt auf einer beliebigen Stufe einfach weitere drei Noten auf, so kann man erkennen, welche Art von Sept-Akkord nach der klassischen Harmonielehre üblicherweise auf einer bestimmten Stufe gespielt wird. Besonders bekannt ist der Dominant-Sept-Akkord. Er wird auf der Dominante, der fünften Stufe, eine Dur-Tonleiter aufgebaut. Er ist ein Dur-Akkord, erweitert um eine kleine Sept. Auch von Vierklängen gibt es Umkehrungen. Im Jazz werden Akkorde teilweise nicht durch Terz, sondern durch Quarzschichtungen erzeugt. Fehlt bei einem Akkord ein Ton, dann interpretiert man ihn einfach dazu. So besteht der Power-Akkord nur aus zwei Tönen, wird jedoch als Dreiklang gehört. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.